Yo Leute, was geht ab? Hier auf meinem Kanal, Leute, zum allerersten richtigen Video. Auf meinem zweiten Kanal habe ich angedeutet, ich muss ein eigenes TikTok erstellen und heute ist es einfach soweit, Leute. Ich hatte noch gar keinen Kontakt mit TikTok, mal schauen, wie es denn enden wird. Aber Leute, ihr habt noch nicht abonniert und denkt euch, hm, soll ich jetzt abonnieren? Ihr werdet es bereuen, wenn ihr es nicht tut, Leute, weil ihr verpasst so geilen Content. Weil hier gibt es jeden ungefähr zwei Videos in der Woche, bis zu drei. So jeden Dienstag, Freitag und Sonntag versuche ich Videos zu machen. Natürlich, wenn die Schule nicht so klappt, Leute, es sind aber gerade Ferien, also kann ich mir auf jeden Fall sehr, sehr viel Zeit lassen mit diesen Videos. Wenn meine Haare aussehen wie Scheiße, dann tut es mir sehr, sehr leid. Aber heute kümmern wir uns um diese App hier. So Leute, es geht um genau diese App hier. Ich habe jetzt kein Geld von TikTok oder so bekommen. Ich bin ja eh noch viel zu klein im Müll. Aber Leute, ich da das jetzt noch herunter, das kann auch ein bisschen was dauern hier. Aber in der Zeit wollte ich noch ein paar andere Sachen mit euch reden. Wie man sieht, ich habe eine Softbox, Leute, dafür habe ich natürlich auch ein bisschen Geld geblecht, weil ich glaube, es ist auch wichtig, Leute. Es muss halt auch einfach geil aussehen und ich bedanke mich. Mit dem allerersten Video habe ich mal gar nicht gerechnet, dass es so durch die Recken geht, Leute. Echt viele, viele neue Gesichter, auch viele neue. Danke dafür, dass ihr auf jeden Fall abonniert habt. Herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Super. So, als nächstes Video kommt auf jeden Fall im 2019. Das Video ist das letzte Video, Leute. Vor 2018. Und morgen ist halt schon, äh, ja. Das neue Jahr. So schnell geht es auch. 2018 war echt ein sehr recht komisches Jahr. Es ging auf, hoch, runter. Es war eigentlich ganz geiles Jahr. Wie feiert ihr denn? Silvester? Schreibt es mir rein. Und 2019, Leute, wird rasiert. Das kann ich auf jeden Fall so sagen, weil ich weiß, dass ich richtig rasieren werde. Und ich halte mich auf jeden Fall jetzt schon am Leben, Leute. Ich will auf jeden Fall richtig gerne Videos für euch produzieren. Und mein Ziel ist es, 2019 die 1.000 Abonnenten zu knacken. Das sollte auch hoffentlich möglich sein, Leute. Wir werden mich mega freuen. Und jetzt sehen wir uns gleich wieder, wenn das, wenn TikTok heruntergeladen hat. Let's go. Leute, ich habe jetzt irgendeinen Account, ich habe irgendeinen Namen genommen. Ich, äh, in dem Schaf hier. Ach du Scheiße. Gar keine Bock, oh mein Gott. Ich glaube, man muss jetzt hier drauf. Ach du Scheiße. Tippe. Ja, muss man halt zulassen. Scheiße, Mann. Scheiße, Mann. So, erstmal alles zulassen hier. Oh mein Gott. Nimm mal. Okay, jetzt muss ich mal schauen. Wie zum geht das jetzt? Okay, man muss ja Musik, glaube ich, einfügen. Naja, okay, let's go. Warte, ich stelle mal die Kamera hin. So, Leute. Ich muss jetzt einen TikTok erstellen. Scheiße, Mann. Okay, erstmal muss ich Musik hinzufügen. Äh, was gibt's denn hier, Digger? Ähm, was habe ich denn so für geile Musik? Ach, Scheiße, Junge. Ähm. Ähm, von Lill, Pump, irgendetwas ab. Gibt's nicht, ja. Leute, ich mach mal einen Test, ja? Mach mal einen Test. Ja, let's go, let's go, Leute, let's go. Ich kenne das Lied gar nicht. Ich kenne das Lied ja gar nicht, mein Digger. Huch. Leute, huch. Oh Mann, du warte. Ich, ich teile euch das mal. Als Titel. Ah, ja, ja, hier ist es. Ich hab jetzt irgendwas gemacht, Leute. Ich weiß es nicht. Hilfe. Und ich schreibe als Hashtag, Hashtag. Hilfe. Beste. Kommentare aus. Was soll ich das jetzt veröffentlichen? Alter. Privatstühlen. Hehehe. Ähm, veröffentlichen. Oh mein Gott, Leute, mein TikTok. Mal erst das TikTok veröffentlichen, Digger. Ich zeige es euch gleich nochmal, aber oh mein Gott. Scheiße, es wird veröffentlicht. Please now verständigen. Jetzt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Scheiße, Leute. Scheiße, was hab ich da gemacht? Leute, was tut man nicht alles nur für 16 Likes? Wenn wir jetzt nochmal, ähm... Digga, wir machen das so, Digga. Ach, geil. Leute, wenn wir jetzt auf diesem Video nochmal 15 Likes schaffen, zeige ich euch das. Das ist schon mies von mir, Digga. Oder ich zeige euch einen kleinen Ausschnitt. Den Rest, das ganze Video schaut ihr dann einfach auf TikTok vorbei. Unter meinem Channel, ich schreibe nochmal unten meinen Namen rein, wie ich da bei TikTok heiße. Aber Junge, es wird sich eh keiner angucken, weil es ist, ich hab... Ich weiß nicht, was ich da gemacht hab, okay? Ich weiß nicht, was ich da gemacht hab. Also, keine Ahnung, es wird creepy, Leute, es wird cringe. Ich weiß nicht, Leute. Ich will... Beim nächsten Mal mach ich ein richtiges, richtiges TikTok. Das war ja noch kein richtiges TikTok, oder? So, ich glaube nicht. Oh, meine Hand, Digga. Die Kamera ist eigentlich so easy und ist leicht. Man hat ja gesehen, die ist auch nicht groß, die Kamera, aber trotzdem. Eieieiei. Okay, es lädt noch alles hoch. Leute, ich zeige euch gleich auf jeden Fall noch einen kleinen Ausschnitt aus diesem TikTok. Aber das soll jetzt erstmal vom Video gewesen sein. Es war krass, Leute. Es war krass. Ich hab jetzt eins gemacht. Ob ich das jetzt wollte oder nicht. Ne, ich wollte es nicht, Leute. Ich wollte es nicht, aber hab es trotzdem gemacht. Also, why not? Why not? Ich kann hier nicht mehr richtig stehen. Die Softbox ist voll in meinem Gesicht, Leute. Aber das war's euch von diesem Video. Lass uns jetzt schon mal einen Like da abonniert, wenn ihr das noch nicht getan habt. Vielleicht schaffen wir sogar schon an, so vor Silvester. Alter, das ist ja krass. Schon die 50 Euro, Leute. Das wäre echt, echt richtig krass. Schaffen wir nicht? Weiß ich. Ist egal. Ist nicht schlimm, Leute. Müssen wir nicht schaffen. Okay, gut. So, okay. Das lädt noch hier alles hoch. Aber, oh mein Gott, Leute. Jetzt seht ihr noch ein paar Ausschnitte. Jetzt zeige ich euch gleich nochmal. Was aber das war's vom Video. Drei Trees. So, Leute. Es ist, glaube ich, fertig. Ich hoffe, es ist einfach mal hier steht irgendetwas. Naja, mal schauen, ob das jetzt fertig ist. Oh mein Gott. Aber das ist einfach das. Es ist einfach so wirklich so, Fans, Herzen, Digga. Was zum und da ist das, Leute. Einen kleinen Aus... Oh mein Gott. Leute. Hey, geil, Digga. Oh Mann, Leute. Aber wenn ihr das den ganzen sehen wollt, dann lasst auf jeden Fall jetzt schon mal, sagen wir mal 15 oder 10, Leute. Ja, sagen wir mal 15, Leute. Wir sagen 15. Dann zeige ich euch das Video nochmal komplett. Oder schaut einfach bei TikTok selbst vorbei, Leute. Schaut einfach vorbei, Leute. Geil. Und lasst auf jeden Fall jetzt schon mal ein Like da. Wenn ihr auch meinen Gaming-Crip sehen wollt. Und wenn ihr hinter die Kulissen schauen wollt, von dem Ganzen hier. Dann schaut auf jeden Fall auf meinem zweiten Kanal. Aber ihr kommt ja eh die meisten vom zweiten Kanal. Also, da könnt ihr euch nochmal alles reinziehen. Da könnt ihr euch auf jeden Fall noch mal andere Videos rein. Leute, habt noch einen schönen Tag gehabt. Haut da rein. Peace, Neus. 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 Untertitelung des ZDF, 2020